Ich habe mich mental gut vorbereitet und wollte unbedingt die Piste sehen, nach all den Spekulationen über die Schneebedingungen und so weiter. Die Sprünge gehen sehr weit, vielleicht ein bisschen zu weit für uns alte Herren, aber trotzdem großartig. Die Konsequenz von Fehlern ist weiterhin sehr hoch, aber darum geht es bei der Abfahrt. Du musst etwas riskieren, um Zeit gut zu machen. Das ist die härteste Strecke in diesem Jahr und für einen alpinen Skirennläufer gibt es nichts Besseres, als auf dieser Piste für Olympia zu testen. Für mich ist das etwas sehr Besonderes. Meine Saison ist ähnlich zu der vor den Olympischen Spielen in Vancouver 2010. Trotzdem konnte ich damals zwei Medaillen gewinnen. Jetzt heißt es, Vergangenes zu vergessen, auf Skifahren konzentrieren, Spaß haben und Herausragendes zu schaffen. Wir vermissen Lindsay. Sie ist eine große Persönlichkeit im Team und sie gilt es zu schlagen. Deswegen merkt man es, wenn sie fehlt. Aber das bietet auch eine Möglichkeit für alle anderen. Wir sind immer hier, um unser Bestes zu geben. Wir haben uns schon an die Situation ohne Lindsay gewöhnt und können es nicht erwarten, wenn sie zurückkehrt. Aber jetzt ist Olympia und wir müssen unser Bestes versuchen.